Bäm, Freunde! Da sind wir wieder mit den MMA-News am Donnerstagabend. Sean Strickland beleidigt die Franzosen, Artem Lobhoff muss die Gerichtskosten von Conor McGregor bezahlen und Nick Diaz haut ein paar Lebensweisheiten raus. Das und noch einiges mehr nach dem besten Intro auf YouTube. You know what, you're real fire, what's real money fire indeed? You're ready to move with your song. Bless you to DC, John Joe. I don't want to fight for your chicken. I'm so fly off with your own man. The King is back. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir springen sofort rein und wir fangen dieses Mal an mit Nick Diaz. Nick Diaz ist bei einem Chiropractor gewesen, Dr. Hightower, der regelmäßig jede Menge WWE-Stars, UFC-Fighter, MMA-Fighter, Sportler zu Gast hat und die halt immer knacken lässt. Da fällt mir ein, ich weiß nicht, kleiner, ich weiß nicht, ob es ein Insider-Tipp ist. Kennt ihr? Abusultan? Gucke ich mir zum Relaxen immer wahnsinnig gerne an. Der zieht auch sein Chiropraktiker-Programm durch. Keine Ahnung, ob das euch ein Begriff ist oder nicht, aber wenn anderen Leuten fast der Hals gebrochen wird, empfinde ich da so eine gewisse Chilligkeit und Entspanntheit bei. Aber wir kommen jetzt zu Nick Diaz und er hat über einige wirklich interessante Dinger gesprochen. Unter anderem fangen wir mal extrem MMA-bezogen mit dem Mount Rushmore an. Mount Rushmore, so eine Bezeichnung angelehnt natürlich an dieses Präsidentengebilde in den USA. Wer sind die wichtigsten Figuren im MMA für Nick Diaz? Und der hat so ein paar Namen genannt, da wird das Herz aufgehen von den Oldschool-Pride-Fans, Nick Diaz ist selber einer, er sagt, er hatte früher deutlich mehr Spaß dabei, sich Pride anzuschauen als die UFC. Und er sagt, Sakuraba, vielleicht ein wenig überraschend, Genki Sudo, Hickson Gracie, Hoyce Gracie und Vendley Silver. Das sind für ihn die absoluten Legenden der Mount Rushmore des MMA. Vielleicht der eine oder andere Name ein bisschen überraschend, die Gracie ist mit Sicherheit nicht, wenn man auch die persönliche Verbundenheit der Diaz-Brüder damit in Betracht zieht. Aber das sind für Nick definitiv die Leute, wo er selber sagt, die gehören für ihn MMA-technisch ganz nach oben. Das ist ja immer das Schöne, wenn wir über Goats sprechen oder über Mount Rushmore. Es ist sehr, sehr subjektiv. Jeder kann da eine Meinung haben. Selten, dass ich sagen würde, irgendwas ist richtig oder irgendwas ist falsch. Wenn jetzt jemand natürlich todernst kommt mit dem Fighter, der zwei Profikämpfer hat, davon acht verloren hat, dann wird das keiner sein, wo wir uns jetzt auf einen Nenner bringen und sagen, jo, stimmt, der war besser als GSP. Meinung und jeder soll eine Meinung haben. Immer auch irgendwo natürlich bis zu einer bestimmten Grenze, wenn man jetzt versucht, das objektiv zu betrachten und einer wirklich versucht mir jetzt zu erzählen, ja, eins und eins sind zusammen 13. Ja, da muss man auch sagen, ja, deine Meinung ist nicht immer nur, oder nicht alle Meinungen sind da auch gleich viel wert, wenn man über solche Sachen spricht. Zumindest nicht, wenn dann solche Dinger sind, die komplett weit hergeholt werden und wo man nicht irgendwie eine Substanz drunter aufbauen kann und sagen kann, aus dem und den Gründen sind für mich die Fighter die Nummer 1. Ich weiß auch nicht, ob man das hier jetzt bei allen begründen kann. Bei dem einen oder anderen hat man mit Sicherheit ein gutes Argument, die dazu zu zählen. Ich möchte aber auch gar nicht jetzt darüber diskutieren. Ich wollte euch nur mitgeben, wen Nick so ganz nach oben packen würde. Aber Nick hatte noch einige sehr interessante Lebensweisheiten, die er mitgegeben hat. Er hat noch seine Lieblingsfilme aufgezogen. Ich will jetzt aber nicht das ganze Interview irgendwie breittreten. Er hat nochmal erklärt, diesen Begriff Wolf Tickets. Der hat, das ist auch so ein Begriff, ich weiß nicht, ob Insider, den nach wie vor aber sehr, sehr viele MMA-Fans, gerade in englischsprachigen Foren, nach wie vor verwenden. Und Nick hat das hier nochmal erklärt, was er überhaupt damit meinte. Und er bezieht sich da auf dieses Märchen, auf diese Geschichte oder Sprichwort mehr oder weniger, dass er sagt, dieser Junge, der immer rief, Hilfe, Hilfe, Wölfe. Und ja, es kamen nie Wölfe. Er dreht die Geschichte dann ein bisschen so und er sagt, ja, wenn du immer nur Bullshit laberst, wirst du irgendwann vom Wolf gefressen. Ich habe es mehr so verstanden, dass diese Wolf Tickets etwas sind, was nie passieren wird. Also, wenn du immer andeutest, ich gehe in eine andere Gewichtsklasse oder ich gehe rüber in einen anderen Sport oder ich gehe eine Gewichtsklasse runter, wenn du konstant irgendwelche Sachen behauptest, nur um Klicks, um Aufmerksamkeit zu generieren, du am Ende des Tages aber nie wirklich vorhattest, dort anzutreten. Und das hat Nick hier nochmal so ein bisschen gerade gerückt beziehungsweise erklärt. Und er hat so, was solltest du in deinem Leben machen? Und typisch Nick, muss ich da im Endeffekt sagen, so ein paar random Sachen reingeworfen, immer die Zähne putzen, vor allen Dingen die hinteren. Kein falscher Kategorie, kein schlechter Kategorie, wenn wir ehrlich sind. Weiße Zähne, sehr wichtig. Oder zumindest gesunde Zähne, sehr wichtig. Er sagt immer dran denken, Push-Ups, also Liegestütze zu machen, 100 Liegestütze, 50 am Stück und dann aufteilen, 20, 10, 10 und dann irgendwie nochmal in Fünfer-Schritten. Und er sagt, was dich am besten in Form bringt, ist Sparring und Laufen, Joggen. Plus, haltet euch fern von Frauen. Okay, letzten Punkt würde ich definitiv nicht unterschreiben. Frauen sind schon was sehr, sehr Tolles, wenn man die in seinem Leben hat. Aber Laufen und Sparring, 100 Push-Ups, Zähneputzen. Nick Diaz, der Weise. Sean Strickland ist Sean Strickland. Der hat jetzt eine kleine Pressekonferenz, die es da gab, ein paar Interviews. Und er hat da auch mit einer, also das sah aus wie so eine Zurück in die Zukunft oder von früher, Brett, da hinten mit Hartbrille, die er da auf hatte, hat etwas über die Franzosen gesagt. Beziehungsweise natürlich über, vor allen Dingen in Bezug auf seinen Gegner, Imawoff, hat gesagt, hey, er ist Franzose. Und worin sind die Franzosen am besten? Im Aufgeben. Er sagt, ich habe nie, oder ich habe mich nicht wirklich mit den Fights von Imawoff auseinandergesetzt. Ich habe gehört, dass er da, also dass er hart zuschlagen kann, dass er schwere oder große Schläge wirft. Aber er ist halt immer noch ein Franzose. Und wenn er jetzt nicht viele, viele hundert Jahre Geschichte, viele, viele hundert Jahre von Feig halt abgelegt hat, ja, dann wird er ein großes Problem haben. Imawoff dagegen hat auch schon drüber gesprochen und gesagt, ja, das Gefährlichste an Strickland ist halt der Mundberg. Das ist das Einzige, worauf ich aufpassen muss. Ansonsten mache ich mir nicht so viele Sorgen. So rein streng genommen. Ich schmunzle ich, ich lache jetzt darüber. Rein streng genommen, wenn wir jetzt bei allen den gleichen Maßstab anwenden, würden wir hier auch sagen, boah, eigentlich nicht cool, jetzt über die Nationalität von jemandem zu sprechen. Und da jetzt auch in der Nationalität grundlegend irgendwie Feigheit vorzuwerfen. Jetzt bin ich aber auch kein Freund davon, jeden dummen Spruch, oder jeden Witz auf die extreme Goldwaage zu legen. Um es deutlich zu machen, wenn wir jetzt mit gleichem Maß messen, und wir haben in der Vergangenheit ja auch andere Fighter kritisiert, ob es ein McGregor war, ob es ein Colby gewesen ist, die haben wir kritisiert dafür, dass sie halt über andere Nationalitäten gesprochen haben, gesagt haben, hey, eigentlich ein No-Go, lass doch die Nationalität, die Religion, grundsätzlich die Herkunft, die Hautfarbe, lass doch diese Nummern einfach aus dem Spiel. Würde ich auch hier weiterhin unterschreiben. Es kommt natürlich einmal auch darauf an, wie man das sagt, ob man das jetzt rausschreit in einem provokanten Ton. Ich meine, die Message ist ja im Endeffekt keine andere. Es ist nach wie vor eine Beleidigung aufgrund der Nationalität. Aber wenn Strickland das hier mit einem Schmunzeln sagt, und Strickland ist ja auch einer, der in einem anderen Interview sagt, wer mich gut leiden kann, der hat sowieso nicht alle Latten auf dem Zaun, und der duscht mit seiner AK-47. Ich denke, man sieht dann, aus welcher Richtung Strickland kommt, ein bisschen crazy, ein bisschen abgedreht, und einfach ein paar Sprüche rauszauern, einfach nur, um ein bisschen zu provozieren. Und ich verstehe auch, dass sowas eigentlich nur funktioniert, dass du jemand vielleicht auch, ja, du bist Franzose, oder du kommst da, oder was auch immer. Das machst du, wenn du vielleicht jemanden kennst, und man macht einen Gag, der teilt einen aus dir gegenüber, du teilst einen aus, dann ist das so ein gesundes Hin und Her, sage ich jetzt mal. Wenn man das jetzt bei jemandem macht, den man nicht kennt, ist man natürlich immer der Gefahr ausgesetzt, dass man eine unschöne Gegenreaktion bekommt. Ima Wurf hätte da jetzt vielleicht auch anders drauf reagieren können. Ich weiß jetzt auch, vielleicht identifiziert er sich jetzt auch nicht so sehr als Franzose, vielleicht identifiziert er sich auch so als Franzose, aber nimmt das jetzt einfach nicht ernst und sagt, ja gut, alles klar, erzähl du mal. Man muss natürlich damit rechnen, dass doch jemand dann eine ernstere Reaktion mit sich, oder dass das mit sich bringt, wenn jemand dann richtig sauer ist und sagt, im Moment, man geht doch gar nicht, und dass dann auch die Fans drauf einspringen. Das könnte für mich immer bei solchen Nummern der Knackpunkt sein. Dass man einfach damit immer so ein bisschen, ich will jetzt keinen moralischen raushängen lassen, aber unnötig vielleicht auch Hass schüren kann. In diesem Fall glaube ich es nicht unbedingt, weil er das ja durchaus mit einer humorvollen Note gesagt hat. Und ja, am Ende ist es eigentlich nichts anderes, ob es jetzt ein Colby über die Brasilianer gesagt hat, oder jetzt hier Strickland anfängt mit die Franzosen, sind alle historisch gesehen immer feige gewesen, und das wird er jetzt auch sein. Praktisch bleibt es beides eine Beleidigung aufgrund der Nationalität, aber ich bin selbst eigentlich Anhänger von ziemlich dunklem Humor, und ich mache auch über sehr, sehr viele Dinge meine Sprüche und meine Witze. Deswegen würde ich jetzt persönlich hier nicht allzu sehr drauf abgehen. Noch dazu, was ich ja Fightern auch immer so ein bisschen zugute halte, wenn jetzt einer irgendwo Trash-Talk macht, ja, gewissen Trash-Talk feiere ich auch nicht, aber wenn der dann am Ende des Tages sich dem Gegenüber trotzdem stellt und im Käfig ist, dann hat der andere ja zumindest die Gelegenheit, da ihm in einer kleinen Regelform auf die Fresse zu hauen und dann einfach zu sagen, so, jetzt kannst du nicht mehr labern, jetzt gibt es Träsche und dann werden wir mal sehen, was hier Sache ist. Das finde ich dann das Schöne beim MMA, wenn es den Trash-Talk vorher gab, okay, muss nicht jeder drauf stehen, aber am Ende schließt sich die Käfigtür und ja, wenn du Pech hast, gehört dein Arsch dem anderen für 25 Minuten und der wird dir richtig in den Hintern treten. Was so ein Bild für so eine üble Lawine auslösen kann, ich habe das, wo war das, ich glaube, ich habe ein Kevin-Lee-Video gemacht, wo er darüber gesprochen ist, dass er jetzt ein freier Mann ist, dass er auch bei anderen Organisationen unterzeichnen kann und da habe ich auch in einem Nebensatz erwähnt, hey, Francis Ngannou hat ein Bild gepostet am Familien-Ess-Tisch und ich glaube, es ist die Mama, sitzt da mit einem Professional Fighters League-T-Shirt. Das hat sich mittlerweile so weit aufgebaut, dass viele unabhängige Medien, also unabhängig voneinander, berichtet haben, hey, ist das ein Fingerzeig von Francis Ngannou. Manche Zufälle sind einfach keine Zufälle, dann versucht jemand auch einfach vielleicht eine Botschaft zu übermitteln. Jetzt hat sich Ariel Hawane geäußert und ja, Ariel ist jetzt auch nicht der absolut Weise, dass der jetzt alles weiß, aber der hat natürlich nochmal andere Quellen als ich. Einmal, weil er ein deutlich größerer YouTuber, sage ich jetzt mal, oder Berichterstatter in der MMA-Welt ist, dementsprechend auch andere Quellen zur Verfügung hat. Der hat ja häufiger in der Vergangenheit auch mal richtig gelegen und da schon mal den Tipp gegeben, in die eine Richtung, das könnte passieren. Also er hat häufig gute Infos. Ich glaube, er hat damals auch die News als erster rausgehauen, worüber die UFC not amused war, dass Brock Lesnar gegen Mark Hunt bei UFC 200 antreten wird. Also der ist natürlich dichter dran. Deswegen glaube ich schon, dass das eine valide Quelle ist, wenn wir da auch drüber sprechen, was jetzt Ariel Hawane gesagt hat. Und seinen Infos zufolge, er sagt, im Moment sieht es nicht so aus, als ob Francis Ngannou zur Professional Fighters League geht, beziehungsweise Deutschland schon irgendwie unterschrieben hätte. Aber die Story, also die bewegt sich noch, die Geschichte, die arbeitet jetzt gerade. Persönlich glaubt Ariel Hawane, dass er am Ende des Tages Francis Ngannou zurückgehen wird zur UFC. Aber im Moment gibt es keine Deals. Es gibt keinen konkreten Deal, dass Francis Ngannou weiterhin in der UFC ist, so sagt Salwani, und auch keinen, dass er am 4. März gegen John Jones kämpfen sollte. Dazu sagt er dann auch nochmal, dass er sich sicher ist, dass die UFC Jones haben möchte für eben den 4. März. Und wenn es nicht Francis ist, dann wird es halt irgendein anderer sein. Ich persönlich glaube, dass Francis hier vielleicht auch einfach nur ein bisschen, also dass das jetzt kein kompletter Zufall war, dass er jetzt die Mama nicht wirklich einfach nur ein T-Shirt hatte, was mal ein Werbegeschenk gewesen ist und die es zufällig anhatte. Aber dass das vielleicht auch einfach von Francis so eine kleine Botschaft ist. Entweder es gab schon ein paar Gespräche mit der Professional Fighters League, oder er möchte das einfach so ein bisschen pushen, ein bisschen anschubsen, dass er auf sich aufmerksam macht und zeigt, Leute, ich bin verfügbar, ich bin auf dem Markt, ich bin amtierender UFC Champion, aber meine Vertragssituation ist nicht so, dass ich weiter gebunden bin. Kommt mir mit Angeboten. Bringt mir Angebote rein, dann können wir uns unterhalten, dass er einfach so ein bisschen auch vielleicht auch seinen Marktwert austesten möchte und schauen möchte, was kommen denn überhaupt für Angebote rein. Vielleicht kommen Angebote rein, die ihm nicht schmecken und dann wird er doch wieder sich das anhören, was die UFC ihm zu sagen hat. Ich denke, diese lange Wartezeit, natürlich auch bedingt durch die Verletzung, da kann er jetzt nicht unbedingt was für, haben seinem Marktwert definitiv eher geschadet. Natürlich ist er nach wie vor der Champion der UFC im Schwergewicht, das bedeutet natürlich was. Weiterhin ist er ein sehr angsteinflößender Fighter, der jeden auf diesem Planeten aussnocken kann, aber ein aktiverer Champion, ein aktiverer Fighter wäre mit Sicherheit näher dran, auch vielleicht an einem Fight gegen jemanden wie Tyson Fury, den ich auch nicht komplett ausschließen würde, aber je weniger du dann präsent bist, desto weniger über dich gesprochen wird, auch natürlich über deine Leistung, desto eher gerätst du einfach auch in Vergessenheit und dann spricht man halt wieder über andere Fighter. Die UFC hat in der Vergangenheit schon häufiger deutlich gemacht, keiner ist größer als die Promotion. Also wenn Francis da jetzt wirklich versucht, irgendwelche Spielchen zu spielen, glaube ich, die UFC wird dann einfach sagen, okay, dann geh. Reisende soll man nicht aufhalten, dann unterzeichne einfach irgendwo anders. Die Frage ist natürlich auch, wie viele Pay-Per-Views verkauft er? Also man ist sich natürlich bewusst, Francis ist ein geiler Fighter, macht Spaß, ihm zuzugucken, aber wenn trotzdem nicht so viele Leute einschalten, vergleichsweise wie vielleicht bei anderen Kämpfern, ja, dann sagt man sich, am Ende würden wir wahrscheinlich sogar besser fahren, wenn wir einen Fight machen, Jones gegen egal wen. Muss jetzt nicht unbedingt Jones gegen Gano sein, das ist ein geiler Fight, den will ich natürlich sehen, aber ich glaube, die UFC kalkuliert da ganz einfach. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Wie viel müssen wir ihm zahlen? Und natürlich hat er sich keinen Gefallen damit getan, glaube ich, dass diese ganze Verhandlung mehr oder weniger öffentlich stattfand, dass alle das mitbekommen haben. Da muss vielleicht die UFC an einigen Punkten auch so ein bisschen Härte jetzt beweisen und zeigen, ja, wir knicken nicht ein, damit nicht viele Fighter nachkommen und sagen, hey, wir machen das genauso wie Francis, sitzen die Nummer aus und gibt uns dann mal einen geileren Deal. Das ist eine interessante Nummer, denn ich hätte nicht gedacht, dass das so ausgehen wird. Artem Lobov wurde jetzt vom Gericht verurteilt, der hat Conor McGregor verklagt wegen Beleidigungen und die Klage zielte dann darauf ab, dass auch Conor das in Zukunft unterlassen müsse, solche Posts zu machen oder er wird halt zur Kasse gebeten. Wurde jetzt vom Gericht abgelehnt oder abgewiesen und Lobov wurde dazu verklagt, die Gerichtskosten von McGregor zu übernehmen. Das ist aber nur ein Teil davon. Die ganze Nummer ist noch nicht vom Tisch. Diese Nummer bezieht sich jetzt darauf, dass McGregor Lobov eine Ratte genannt hat und da sah das Gericht allein in dieser Tatsache nicht schon die Beleidigung drin, die Herabwürdigung von Artem Lobov, nur weil McGregor gesagt hat oder ihn mit einer Ratte gleichgestellt hat. Interessante Auslegung, finde ich. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, auf die man so zugehen könnte, draußen auf der Straße und sagt, du Ratte und die würden sagen, hey, danke, ich trage meine Frisur gerne ein bisschen grau. Glaube ich nicht, dass du da viele Leute findest, die das nicht direkt als Beleidigung auffassen. Ich denke, es ist auch, du faules Schwein, dumme Kuh. Also es gibt ja einige, die sind gut, da ist immer noch faul und dumm mit dabei, aber es gibt, du Schwein, du Sau, du, ich glaube auch in Deutschland, wenn irgendeine Frau als Kuh bezeichnest, ich bin mir sicher, dafür zahlst du. In Irland scheinbar nicht, da hat der Richter jetzt erstmal gesagt, okay, da sehe ich jetzt keine Begründung dafür, dass er Kohle bekommen sollte, ist er am Ende des Tages auch eigentlich Kindergarten. Dass es jetzt bei Proper 12 um jede Menge Millionen geht, nicht die feine Tour unter ehemaligen Trainingskameraden und auch Freunden, würde ich sagen, aber da kann ich es vielleicht noch ein Stück weit einfach verstehen, weil es um so viel Kohle geht, wenn man dann aber anfängt sich zu verklagen wegen, du hast mich Ratte, du hast mich doof, du hast mich hinterhältig genannt, also meine Tasse T ist das nicht. Gut, jetzt wurde das von Atemlobe abgewiesen, vielleicht auch, weil der Richter gesagt hat, nee, so leichtfertige Klagen haben wir ja keinen Bock, sonst haben wir morgen 100 Klagen, wo einer sagt, boah, der hat mich irgendwie Vogel genannt oder irgendetwas anderes, kein Bock drauf. Das wurde abgespattert. Natürlich, der große Prozess steht noch aus, Proper 12, ob er da dann doch nachträglich irgendwelche größeren Zahlung bekommt. Ich habe jetzt, ja gut, was heißt drüber nachgedacht, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Stunde da gesessen und gegrübelt, aber ist das so super unrealisch, ich frage jetzt einfach mal, ich haue einfach mal raus, einfach mal so meinen Gedankengang, wäre das so übel fern der Realität, wenn Lobhoff und McGregor gegeneinander kämpfen würden, ich weiß nicht, ob es Lobhoff machen würde und ich meine nicht jetzt im Gym, wenn wirklich die UFC sagen würde, komm, wir machen den Fight. Dicker Zahltag für, ich glaube, also jetzt mal Hand of Sense, wer würde der nicht einschalten? Ja, Lobhoff und McGregor nicht auf einem Level, McGregor für mich der bessere Fighter, wobei Lobhoff natürlich immer noch diesen Insta der Gag hat, mit er ist der absolute Goat, der hat wie viel, 16 Leute besiegt und 17 Leute verschont, also hat keine Niederlage einstecken müssen, aber ist das so unrealistisch? Also ist das so fern ab der Realität absolut unmöglich, dass dieser Fight eventuell kommen könnte und vielleicht sogar genau das Richtige ist als Warm-up fight, jede Menge Drama, ehemalige Teamkameraden, ehemalige Freunde, natürlich der sportliche Wert dieses Fights gleich null, aber ich habe das Gefühl, es wären schon verrücktere Sachen passiert und ganz ehrlich, ich würde es auch gucken. Mal ein paar Infos aus, würde ich sagen, fast erster Hand, die allererste Hand wäre natürlich Kamib Nurmagomedov selber, Uma Nurmagomedov, hat sich auch zu dem Rücktritt vom Coaching, vom MMA im Allgemeinen geäußert und hat gesagt, ich glaube nicht, dass er komplett aufhören kann, er versucht immer noch mich und meinen Bruder zu kontrollieren, vielleicht einer anderen Art, er möchte nicht mehr so viel reisen, er möchte nicht mehr bei jedem Camp dabei sein und einfach unterwegs sein für mehrere Monate. Er glaubt aber trotzdem, dass er noch Teil davon sein wird und dass gerade in Dagestan er immer noch trainieren wird mit den Jungs, ihnen weiter Tipps geben wird, also so viel würde sich da jetzt nicht verändern, außer dass er halt nicht mehr mit dabei ist. Als ich das jetzt dann auch nochmal gelesen habe, mit ja so viel unterwegs und so viele Trainingscams, man muss ja auch sagen, ich bin mir sicher, die Jungs unterstützen sich auch gegenseitig, aber ich glaube nicht, dass Uma Nurmagomedov jetzt bei jedem Trainingscamp von den anderen Jungs mit dabei ist. Dass ein Usuman Nurmagomedov nicht bei jedem und dass ein Isla Makachev nicht, ich hoffe ihr wisst, worauf ich hinaus will, ein Khabib wird wahrscheinlich bei jedem mit dabei sein und für mich klingt das ganz einfach nur nach einer Art von Burnout. Nicht jetzt vielleicht die Art von Burnout, dass du da jetzt komplett gar nichts mehr machen kannst und in eine Therapie gehen musst, sondern eher in so eine Art von Burnout, es steht einfach hier oben mit MMA, mit Kampfsport, mit Reisen, mit Trainingscams, mit Weightcuts, ich mache nichts anderes mehr. Unabhängig davon, wie sehr ich die ganzen Jungs hier vielleicht liebe und wie gern ich das mache, ich muss jetzt einfach mal eine dringend benötigte Pause machen und ein paar Schritte zurücktreten. Für mich klingt das, wenn ich das hier auch noch mal lese und mir vor Augen führe, wie viel man dann unterwegs ist und wenn man irgendwas auch nicht mit halber Hose machen will, sondern 100% dahinter stehen will und dann wahrscheinlich noch Videomaterial guckt von Gegnern, wo kann man angreifen, wo kann man attackieren, wo kann man sich konstant auch weiterentwickeln. Ich meine, wenn man andere Leute sich anschaut, den anderen Sportarten, die absolut an der Spitze stehen oder standen, wenn man jetzt das Training nimmt von zum Beispiel einem Floyd Mayweather, wo der auch immer gesagt hat, ich habe jetzt auch keinen Bock abends hier um halb 10 irgendwie ins Gym zu fahren, ich würde auch lieber zu Hause sitzen und einen Film gucken, aber das sind Sachen, die du halt opfern musst, die du aufbringen musst. Du musst ein positiv Verrückter, ein positiv Wahnsinniger sein und quasi an nichts anderes denken. Gordon Ryan, von dessen Grapplingfähigkeiten ich ja eigentlich immer wieder schwärme und von dem ich sehr beeindruckt bin, hat auch erzählt, dass er 17, 18 Stunden täglich mit Brazilian Jiu-Jitsu, mit No-Geek-Grappling zu tun hat. Ob er darüber liest, ob er sich Videomaterial anschaut, ob er selber dreht, DVDs, die er verkauft, ob er selber trainiert, er ist eigentlich immer involviert, 17, 18 Stunden, wenn er nicht pennt, teilweise auch Bildmaterial, wo er dann einfach im Gym auf der Matte ein Nickerchen gemacht hat, eine Stunde und dann ging es weiter. Das sind diese positiv Besessenen. Aber ich glaube, egal von was du besessen bist, du hast irgendwo auch dein Limit, dein zeitliches Limit, dass du dann irgendwann sagst, okay, und wenn es nur eine Pause ist, wenn es nicht ein komplettes Zurücktreten ist, aber wenn du natürlich ankündigst, ja, ich mache eine Pause, dann kommen sofort alle, okay, wie lange geht die Pause, wann kommst du wieder, bei wem kommst du wieder, wenn man dann einfach sagt, ich trete jetzt ein bisschen kürzer, ohne genau zu sagen, wie viel und wie lang, dann hat man vielleicht einfach ein bisschen mehr Freiheit. Also ich kann das gut nachvollziehen, ich persönlich sehe das auch nicht als eine Form des im Stich lassen oder alleine lassen, das sind ja am Ende auch alles erwachsene Männer. Um Rat können die nach wie vor fragen, aber dass ein Fighter als jetzt natürlich als Coach nicht so viele Trainingscamps leiten kann und immer dabei ist und immer on fire ist, das ist eigentlich selbsterklärend, dass das niemand so sein Leben lang auf diesem Niveau auch mit um die ganze Welt jetten schaffen kann. Versucht euch mal so eine kleine Parallelwelt vorzustellen, so eine andere Dimension mit einem Ben Askren, der nach dem knappen Sieg gegen Robbie Lawler zehn Runden lang mit knallhartem Ringen Masvidal und Usman auf dem Boden kontrollieren konnte und dann UFC Champion geworden ist. ungeschlagen dann vielleicht sogar zurücktritt. Das ist gar nicht so ein ultra unrealistisches Szenario. Im Grunde trennen uns nur fünf Sekunden davon und die AMD ist bewusst, ein Usman über fünf Runden zu kontrollieren hat bisher noch keiner geschafft, aber spielt dieses Spielchen mal so ein bisschen mit mir. Dieser eine Fight gegen Masvidal, da hat er quasi richtig reingeschissen und darüber hat sich jetzt Ben Askren auch nochmal geäußert. Das ist wirklich ein Beispiel für mich, wie ein, und das war wirklich in diesem Fall nur eine einzige Szene, so komplett eine Karriere gefühlt auf den Kopf stellen kann. Ben Askren, das muss man auch mal dazu sagen, galt jahrelang so als Art absoluter Geheimtipp, dass man gesagt hat, boah, das ist einer, wenn der in die UFC kommen würde. Also es gab immer wieder ernsthafte, das ist jetzt vielleicht schwer zu glauben nach den letzten Niederlagen, aber ernsthafte Diskussion, ist Ben Askren jemand, der es der GSP und der Khabib Nurmagomedov bezwingend kontrollieren kann. Das gab es, diese Diskussion gab es und es wurde halt immer genau aus dem Grund diskutiert und besprochen, weil er halt nicht in der UFC war, weil man nicht wusste, wie kämpft er in dieser Liga, weil er nicht gegen diese Leute antrat. Dann hat er die Chance bekommen, in die UFC zu kommen. nicht mehr in vielleicht Bestverfassung, er sagt selber, Dana hat ihn jahrelang eher weggehalten, weil auch das muss er dazu sagen, Ben Askren mit seinem Spitznamen Funky und mit seinen Interviews, ich kann mich noch an diese erste Pressekonferenz, ich glaube in Flipflops erinnern, jemand, der dieses Spiel mit der Presse sehr, sehr gut beherrscht, der sehr eloquent ist, aber vom Kampfstil her ein bisschen die Decke ist. Also schmeißt sich auf dich, hält dich unten. Starkes Ringen gehört beim MMA dazu, wollen wir nicht heulen, aber er war jetzt nicht der spektakuläre Fighter, der spektakuläre Submissions ausgepackt hat oder irgendwie anders die Massen begeistern konnte, aber halt sehr effektiv gewesen ist. Gegen Robby Lawler war es dann schon eine knappe Nummer, da hat er ordentlich Dresche bekommen, also ich weiß, dieser Slam, Ground and Pound, hat es aber überstanden. Gab es diesen Bulldog-Choke, ja, war nicht ideal, von Herb Dean definitiv zu früh dazwischen gegangen, aber gut, es ist gekommen, wie es gekommen ist. Ich bin mir auch sicher, sagt er selber, ein Sieg gegen Masvidal und er hätte den Titleshot bekommen. An Usman muss man natürlich auch erstmal noch vorbei, aber dieser Masvidal-Fight, diese fünf Sekunden, ja, das waren einfach der Knackpunkt. Er sagt, da hatte ich die Chance, alles zu erreichen in meiner Karriere, ja, ich habe es ruiniert. Blind auf den Takedown gegangen und dafür bestraft worden. Ich glaube, Masvidal wusste, das ist die beste Chance, Ben Espin kalt zu erwischen, wenn der gerade, wenn der, wenn der reinkommt. dann gab es den Fight gegen Jake Paul und damit hat er, ich will nicht sagen, sich jetzt komplett lächerlich gemacht, aber natürlich seiner Karriere einen großen Kratzer zugefügt. Und er sagt selber, ganz ehrlich, ich habe Jake einfach super unterschätzt, ich habe gedacht, der Typ ist nicht so ein guter Boxer, der wird mir nicht wehtun können, ich werde durch seine Schläge durchlaufen, dann wird er müde und dann schlage ich den zusammen. Er war selber nicht gut in Form, kam gerade von einer Hüft-OP, er sagt, er war selber auch fett, er hat, er ist das Risiko gegangen, er hat spekuliert und hat sich fair spekuliert. Und das hatte natürlich einen riesigen Einfluss auf seine Karriere beziehungsweise auf die Wahrnehmung. Wie sehen ihn Leute? Ich glaube, dass da auch noch so ein paar Sachen sind, die so ein bisschen fuchsen, weil er hat ja immer mal wieder darüber gesprochen, ja, gegen Masvidal wäre das eine der wenigen Nummern, wofür er nochmal zurückkehren würde. Auch gegen Jake Paul hat er jetzt gesagt. Jetzt ein MMA-Kampf, die UFC müsste zustimmen, weil er bei denen noch unter Vertrag ist, aber ja, klar, wenn das jemand für ihn regelt, würde er das auch machen. Ich denke, das sagt man auch nicht, wenn man einmal seine Schäfchen so ein bisschen im Trocknen hat, das heißt, ich glaube, finanziell ist er ganz gut abgesichert, sondern natürlich fuchst ihn das. Würde doch jeden von uns fuchsen, wenn man den schnellsten Knockout in der UFC-Geschichte hinnehmen würde und wenn man dann gegen den YouTuber nach vorher so viel hin und her auf Pressekonferenzen und so viel dummen Sprüchen, wenn man da dann ja, ausgenockt wurde. Im Endeffekt, ja, schade, sage ich natürlich, weil es mir jetzt ein bisschen leidet, auf der anderen Seite, so ist es natürlich auch, so ist es halt. Nicht alle können immer gewinnen, es muss einfach auf der anderen Seite Verlierer geben. Masvidal hat ja danach auch, also hatte seinen Lauf, dann lief es für ihn nicht gut. Irgendwann wird wahrscheinlich auch Jake Paul in dieses Muster reinlaufen. Ja, ist einfach der Lauf der Dinge. Aber Ben Askren hat ja nochmal seine Karriere mit so ein bisschen Abstand betrachtet und ja, ich glaube auch, dieses was wäre wenn, was hätte sein können, ist ja, bei wenigen so exemplarisch festzumachen an einem einzelnen Fight beziehungsweise einer einzelnen Szene wie bei dem Knie von Masvidal gegen Ben Askren. täglich grüßt das Murmeltier in diesem Fall Dana White. Der hat sich jetzt nochmal vor die Presse gesetzt und ja, einige Sachen rausgehauen beziehungsweise zu einigen Sachen Stellung bezogen. Ob es irgendwelche, ich versuche es kurz zusammenzufassen, er hat einige Sachen gesagt, ob es irgendwelche Konsequenzen für ihn geben wird und er sagt, wem soll das was nützen, wenn ich jetzt 30 Tage eine Auszeit nehme, 60 Tage eine Auszeit nehme oder gar nicht mehr Präsident bin, das schadet der UFC, das schadet den Fightern. Er sagt, sein größter Schaden ist das Image, das er jetzt halt auferlegt bekommen hat. Ob das ein gutes Timing gewesen ist für Powerslap, ob das jetzt komplett erledigt ist und er sagt, ja, gibt es überhaupt ein gutes oder ein schlechtes Timing, geht aber der Frage mit Powerslap da so ein bisschen aus dem Weg. Natürlich würde er ja was anders machen jetzt im Nachhinein und dann nicht da an Silvesterfeiern gehen und sich nicht betrinken. Vor allen Dingen schuldet er seinen Kindern irgendwo eine Erklärung, dass das älteste Kind, der älteste Sohn ist schon sehr, sehr hart mit den Eltern ins Gericht gegangen ist, gerade weil das natürlich auch in der Öffentlichkeit passiert ist. Ob Leute ihn schützen sollen, er sagt, nein, keiner soll mich verteidigen und keiner soll seiner Frau irgendwie die Schuld geben. Ob andere Fighter da jetzt keine Konsequenzen befürchten müssen, er sagt, meine Meinung zu dieser ganzen Nummer zur Gewalt gegen Frauen hat sich nicht verändert hat und das wird dann von Fall zu Fall entschieden, finanziellen Schaden habe es Stand jetzt auch noch nicht gegeben durch seine Handlung. Einige Fighter haben sich schon geäußert, unter anderem Elio Quinter, der auch gesagt hat, hey, man hätte mir keine Strafe geben sollen, dafür, dass ich ein Hotelzimmer kurz und klein geschlagen habe. Meine Strafe wäre wahrscheinlich besser gewesen für mich oder ich will die Strafe, ich bin bekannter für Hotelzimmer kaputt zu schlagen. Auch einige, die Marihuana geraucht haben, haben gesagt, das wäre meine faire Strafe gewesen, nicht neun Monate gesperrt zu werden, sondern als Marihuana-Raucher bekannt zu sein. Klar, dass sich da jetzt natürlich auch Leute darauf einschießen und ich glaube, das größte Problem in der UFC wird sein, nehmen wir mal an, morgen haben wir den Fall, dass irgendein Fighter durch eine ähnliche Nummer auffällt, in den Medien ist. Was macht Dana dann? Geht Dana dann hin und sagt, puh, jetzt bist du raus? Ich glaube, dann wäre der Shitstorm und der Druck gigantisch, dass man sagt, und nehmen wir jetzt nochmal an, weil er letztens auch diese Nummer mit der Hautfarbe kam, nehmen wir mal an, irgendein schwarzer Fighter würde jetzt, nehmen wir mal an, das passiert jetzt, keine Ahnung, John Jones, ich nehme jetzt mal einfach einen raus oder irgendeinen anderen Fighter, dem das passiert, der halt schwarz ist und Dana schmeißt ihn raus. Dann würden doch alle durchdrehen und sagen, ah, wie, den schmeißt du jetzt raus nur wegen seiner Hautfarbe, das kann doch nicht sein. Also das würde dann, ich meine natürlich auch zu Recht, würde das dann jede Menge Kritik geben, weil er selber seinen Hut nicht genommen hat, weder freiwillig noch durch irgendjemand anderen, aber dann andere Leute, zwingen würde. Jetzt muss man immer gucken, wie ist der Vergleich? Auch hier, ich sage ja nach wie vor, es geht jetzt gar nicht darum, hier Dana dazu großartig zu verteidigen und zu sagen, das war super, das war klasse. Ich glaube, es geht den meisten Leuten nur darum, das alles in die richtige Relation zu rücken. Da wurde ja keiner krankenhausreif geschlagen. Wenn Dana damit der Faust ausgeholt hätte, seine Frau weggenockt hätte, blaues Auge, Zähne raus und die hat da bewusstlos gelegen, dann würden wir ganz anders darüber sprechen. Dann wäre das eine komplett andere Nummer. Aber so, finde ich, machen viele zu viel draus. Auch Erwin Wani hat sich nochmal geäußert und der hat gesagt, ja, völliger Bullshit, den Dana da gesagt hat, so funktioniert das System nicht, deine Strafe ist nicht einfach, du musst mit der Bürde leben, du musst mit dem Stempel leben, sondern nein, deine Handlungen haben Konsequenzen und dafür kriegst du eine Strafe. Okay, was ist denn die Strafe für eine Ohrfeige oder für zwei Ohrfeigen? Da zahlst du wahrscheinlich, wenn du keine kriminelle Vergangenheit hast, eine Geldstrafe für. Schmerzensgeld. Lass ihn, weil er Cola hat, 10.000 oder 20.000 zahlen. So, dann hat er vor dem Gesetz, die Frau soll meinetwegen Anzeige erstatten, dann hat er vor dem Gesetz seine Strafe bekommen, 20.000 bezahlt, können wir es dann endlich vergessen. Also können wir dann endlich weitermachen. Ich bin echt dafür, dass wir Leute einige Sachen nicht vergeben, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwo auf dem History Channel irgendeinen Nazi-Report sehe und da habe ich dann irgendwie einen, der hat für die Nazis irgendwelche Waggons, Waggon-Transporte organisiert. Ja, dem vergebe ich nicht. Ist mir scheißegal, ob du 99 bist, Opa. Da werde ich dich trotzdem für zur Rechenschaft ziehen. Aber dann ist es doch was anderes. Ich werde doch jetzt keinem 40 Jahre vorhalten, du hast mal deine Frau georfeigt. Wenn er seine Frau Krankenhaushalt geschlagen hat, das ist wie was anderes. Absolut irre, meiner Meinung nach, was da jetzt gefordert wird. Dass man das jetzt nicht komplett wegignoriert, dass man darüber spricht. Ja, okay, meinetwegen. Aber was wollen denn jetzt einige noch von Dana? Sollen wir dem, weiß ich nicht, sollen wir den aufhängen, die Achillessehnen durchschneiden oder also, was wäre jetzt hier die gerechte Strafe? Und wenn wir eine gerechte Strafe haben, ist es dann okay? Hat er dann gebüßt und kann man dann darüber hinwegsehen oder wird er trotzdem, was Dana ja sagte, für immer gebranntmarkt sein? Was ich bei Dana jetzt nicht ganz so verstanden habe oder für mich sehr unglücklich, was ich kritisieren würde, ist, dass er sagt, ja, welche Strafe soll ich mir selber geben? Wenn ich weg bin, würde ja die UFC würden die Fighter darunter leiden. Das, was Dana da immer über Fighter sagt und niemand ist so groß wie das Business, würde ich auch auf Dana beziehen. Natürlich gehört Dana White zur UFC und wir haben uns an ihn gewöhnt und es macht teilweise auch Spaß, wenn er diese Interviews gibt, aber die UFC würde nicht kaputt gehen ohne Dana White. Die UFC würde weiter bestehen. So wie auch die MMA-Berichterstattung ohne Ariel Hewani, ohne The Schmo weitergehen würde. So wie die UFC weitergeht ohne Fighter wie Conor, wie Khabib, wie GSP, wie Jones. Es wird immer andere geben und auch bei Dana White wird es immer einen anderen geben. Da, glaube ich, hängt er vielleicht sich selbst und seinen Wert dann doch etwas zu hoch, seine Bedeutung. Der macht schon einen geilen Job. Also das will ich nicht kleinreden. Das ist auch einer, der mit Sicherheit sehr kräftezehrend ist. Aber den würde auch ein anderer machen können. Es gibt auch andere, die diese Lücke irgendwann füllen können, die es vielleicht nicht so machen wie Dana, sondern anders machen. Ja, ich weiß nicht. So richtig gelungen, so richtig optimal fand ich jetzt auch dieses Interview, diesen Auftritt da nicht von Dana White. Er hat sich jetzt nochmal geäußert. Er musste jetzt nochmal durch dieses Stahlbad gehen, sich den Fragen stellen. Okay, dass er vielleicht keine andere Wahl hat, verstehe ich. Aber einmal wird er jetzt, glaube ich, große Probleme bekommen mit Fightern, die vielleicht irgendwas Vergleichbares machen. Da kann er nicht mit zweierlei Maß messen. Ja, und da er jetzt quasi gesagt hat, ich bin doch hier Kingpin. Ohne mich läuft es nicht. Ich würde die UFC bestrafen. Ich würde die Fighter bestrafen. Nee, deswegen mache ich es nicht. Schwierige Situation. Ich verstehe, dass Dana was sagen musste. Fand jetzt nicht glücklich, was er alles gesagt hat. Verstehe nicht die Gegenseite, wie Elbe Urbani, die jetzt drauf rumreiten und wer weiß, was für Strafen fordern. Thema ist zum Kotzen. Ich hoffe, dass bald nichts Neues mehr kommt und wir es abhaken können. Scott Coker war ebenfalls bei Elbe Urbani zu Gast. Also was würde ich nur in den MMA News ohne Herr Urbani machen? Der liefert schon jede Menge guten Content und es ging um das Thema Dylan Dennis. Und Coker hat gesagt, ja, ich war schon überrascht, dass dieser Fight jetzt abgesagt wurde, weil man ist wirklich an uns herangetreten. Das Management hat gefragt, kann er kämpfen? Wir haben unser Go gegeben. Jetzt ist es dann doch ins Wasser gefallen. Und er wurde auch gefragt, wird, oder wie sieht denn der aktuelle Stand bei Balleta aus? Und da hat er, vielleicht etwas überraschend gesagt, ja, Dylan hat mich kontaktiert und durchscheinen lassen, dass er kämpfen möchte im MMA-Käfig. Coker ist da jetzt natürlich, ich meine, kann ich auch verstehen, dass er nicht so, wow, Wahnsinn, alles klar, super, komm sofort und es geht ab, sondern dass er da erstmal skeptisch ist. Skeptisch nach der langen Pause, skeptisch nach den vielen Absagen, skeptisch, ob er überhaupt noch in Form und auf dem Level ist irgendwo bei Balleta, weil ja, Balleta ist vielleicht nicht die UFC, aber deswegen heißt es ja nicht, dass jetzt hier so einer wie ich zu Balleta gehen könnte und ich mir da irgendwie einen guten Kampf liefern kann. Das ist ja immer noch sehr, sehr hohes Niveau, was MMA betrifft und ob Dylan Dennis da überhaupt noch das Zeug so hat. Ich denke, Dylan Dennis steht so an der Grenze, komplett, wirklich komplett irrelevant zu werden und ich glaube schon auf so einem Niveau, dass er belächelt wird und auch gar nicht mehr eingeladen wird, dass dann irgendwann auch keiner mehr über ihn berichtet und das ist der Tod für jeden, der irgendwie in den sozialen Medien im Fokus stehen möchte, wenn einfach jeder sagt, ja mir egal, wenn man sich nicht mal mehr über ihn aufregt. Er ist ja ein Troll, der es versteht, nach wie vor diese Reaktion zu provozieren, egal bei welchem Fighter, über den irgendeine Nachricht kursiert, man kann eigentlich sicher sein, in den Kommentaren ist Dylan Dennis, der schreibt, ich würde ihn start bitten. Und er rechnet, er will diese Kommentare von 5.000 Leuten, die dann kommen und sagen, ah, was, der Tür steht, blabla und die einfach auf ihn einschlagen, ja, das gibt Publicity, das gibt vielleicht Hass, aber Hass ist halt auch eine Reaktion und Dylan Dennis ist es glaube ich egal, solange er einfach nur im Rampenlicht steht. Die einzige Form, wer jetzt aber meiner Meinung nach die Kurve noch bekommen könnte, auch relevant zu bleiben, weil du kannst nur so und so viele Fights absagen, du kannst nur so und so lange inaktiv bleiben. Das klappt auch vielleicht über längere Perioden, wenn du so eine Hausnummer bist wie ein Floyd oder wie ein Connor, aber wenn du bisher zwei oder drei Profi MMA Kämpfer hast, dann bist du jetzt nicht das Zugpferd, der sich das beliebig lang ausnehmen kann. Wenn er jetzt zurückkommen würde, wieder kämpfen würde, glaube ich durchaus, dass er was beweisen könnte und dass er vielleicht sogar einige Leute überraschen könnte, aber dafür müsste er einfach wieder aktiv sein. Scheinbar nicht in Form, scheinbar keinen Coach. Wenn du so eine große Schnauze immer hast in den sozialen Medien, verscherzt es dir natürlich früher oder später auch mit allen möglichen Leuten und dann wird es einfach sehr, sehr schwierig noch ein Gym zu finden, wo du zu Hause hast. Straight Blast Gym, ja, aber er wohnt ja glaube ich auch in den USA. Da ist die Distanz natürlich auch relativ groß. Mal schauen, ob er wieder kämpft. Ich glaube, für Balleter würde sich das schon lohnen, Dylan Dennis im Roster zu haben, ihm einen Fight zu geben, weil auch hier glaube ich, die Neugier und der Hass würden dafür sorgen, dass doch einige Leute einschalten. Freunde, das war schon wieder. Heute vielleicht eine etwas kürzere Ausgabe als normalerweise, aber ich kann natürlich nur über die Sachen berichten und quatschen, die auch passiert sind. Trotzdem danke ich euch natürlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bis demnächst und let's fight.